versuche nicht zu lachen ab jetzt okay dass wir dich fix zum lachen bringen einfach sein gesicht ne das glaube ich jetzt nicht ich glaub's nicht oma wir beruhigen uns alle wir beruhigen uns ich darf nicht lachen oma und wenn ich ich muss bei dir einfach so lachen wenn ich dich sehe ja ich weiß nicht meine oma ist schon witzig denkst du kannst du dich zum lachen bringen das war gut okay vielen dank du hast die challenge gewonnen leute das ding ist es ist unmöglich nicht zu lachen sobald ich leute sehe muss ich instant lachen ich weiß auch nicht warum gerade bei der oma bei meiner oma ich musste einfach lachen weil das halt schon so ein meme geworden ist dass es meine oma ist treffen sich zwei einer kommt der ist alt ist es dumm er guckt mich einfach so an und sagt nichts ich werde jetzt nicht versuchen zum lachen zu bringen und zwar ich werde wie du essen reicht das ich glaube da geht noch ein bisschen mehr warum macht man das wäre noch witziger wenn du dir einfach dein ganzes gesicht damit toll sprühst dann würde ich glaube ich lachen du hast gewonnen du hast gewonnen ich habe gelacht okay heute viele haben meine kommentare geschrieben eines war der echte mochi ich weiß das geht schief ist das dumm man über sowas muss ich lachen ich verstehe es nicht aber hat geschmeckt oder ja crazy okay du hast die challenge auf jeden fall gewonnen ich weiß auch nicht warum ich über sowas lange aber es ist anscheinend doch witzig kommt eine frau in dem also kommt eine frau zum bäcker also geht eine frau in den bäckerladen sagt die frau zum bäcker haben sie 99 brötchen sagt der bäcker nein ne haben sie 100 brötchen nein ich habe nur 99 ähm geht sie wieder kommt der nächsten tag wieder fragt sie wieder hast du 99 hast du 100 brötchen sagt der bäcker nein ich habe nur 99 geht sie wieder kommt sie nächsten tag wieder und sagt haben sie 100 brötchen sagt der bäcker ja ich habe 100 okay ich möchte aber nur eins haben komm bitte lach bitte lach ich will dich freuen das ist so dumm das war der schlechteste witz der welt und ich muss drüber lachen grüße charlene, lina, laurenz und mich selbst alles klar ich habe gelacht du hast gewonnen der moro der ist auf dem klo ja der moro der ist dabei ganz groß weißt du über sowas muss ich lachen dass du behindertest immer wenn leute sich weh tun lache ich grüße den jona den jona genau vielen dank was haben blondinen und wolken gemeinsam blondinen und wolken ja keine ahnung wenn sie sich verziehen wird ein schöner tag oh man das ist gemein und ich lach schon wieder drüber ich grüße 7b aus boxberg und meine freunde wird in boxberg oft geboxt wieder du bist in hoher du bist du hast du hast es gibt du du hast du hast Du musst auch noch lachen, oder? Okay, pass auf, du hast Challenge gewonnen. Du brauchst nichts mehr machen. Ich hab noch was, ich hab noch mehr. Wo ist mein Kurs für dich? Ich hab noch hier ein Herz für dich. Das ist nett. Ich hau mal jetzt eine steinharte Platte. Kennst du diese Lebkuchenherzen? Die hab ich schon locker seit 5 Jahren da oben hängen. Soll ich mir das auch mal in den Kopf hauen? Willst du das jetzt echt kaputt machen? Keine Ahnung. Mach mal. Du hast grad ein Standbild, oder? Oh, ist kaputt. Ah, muss noch mal machen. Siehst du? Warte. Warte. Ich glaub du musst es härter machen. Er macht es einfach kaputt. Mann. Hi. Hallo. Also, heute gibt es ein Tutorial. Weil Deutschland hat ja WM gewonnen. Ähm. Scheiß, wo ist das jetzt? Ach. Also, als allererstes nehmen wir diese Joker-Kette. So? Als nächstes. Rede bitte nicht so, Alter. Hallo? Soll ich kurz alles? Ja, eigentlich hab ich ja schon gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, aber das Finale kommt jetzt noch. Oh, das Finale. Ja. Das nimmt man hier so. Gute Eier. Also, ich würd sagen... Mit dieser blöden Sonne, die dann noch in dein Gesicht rein strahlt, sieht's noch dümmer aus. Das geht auch so. Nice. Okay, du hast gewonnen. Du bist jetzt Millionär. Mo, ich hab'n Witz. Ich hab'n Witz. Okay. Wie heißt der chinesische Extremst Sportler? Warte kurz. Ja? Hing am Hang. Hehehehe. Maaan. Oder der, äh, chinesische Pornodarsteller? Keine Ahnung. Schwing dein Ding. Ist das dumm. Ist das dumm. Okay, du hast gewonnen. Ja, moin. Ja, bist du. Zwölf.